Wir sind präsentiert von Matic System und ich denke, der Worte sind bald genug gewechselt. Wir wissen, dass wir bis auf einen einzigen Kampf Gewichtsklassen haben, die darauf drängen, endlich über die Waage zu gehen und endlich was zu trinken und was zu essen zu bekommen. Dem wollen wir auch die Rechnung tragen. Ja, SS Boxing begrüßt ganz herzlich alle Kämpfer, alle Offiziellen des Kampfabends. Und wir begrüßen zuerst die Vertreterin, die Supervisorin des Bund Deutscher Hochboxer. Hier ist Beate Köske. Der technische Leiter der heutigen und der morgigen Veranstaltung ist Jörg-Peter Schubert. SS Boxing mit Rolf Steinfurt sagt herzlich willkommen und wir wollen natürlich, so wie dann auch können, gleich mit dem ersten Kampf beginnen. In die rote Ecke, sprich bitte hier auf diese Seite. Da kommt aus Georgien, aus Georgien, hier kommt Michael Kuatschi-Milli. So, die Gewichtsklasse ist halb schön, es geht morgen, dann im ersten Kampf des Morgenabends über sechs Runden und gehören das Gewicht. 82,5 Kilogramm. 82,5 Kilogramm. Glückung zu einem Mann, der sein Profi-Debüt morgen gibt. Er ist ein sehr erfolgreicher deutscher Amateurboxer. Er wird trainiert von einem Mann, den wir alle in den letzten Monaten mehr als kennengelernt haben, dem Trainer von Agit Kavayel. Er ist auch der Trainer von Ibrahim Badzouyev. Und auch da guckt uns Jörg-Peter Schubert das Gewicht. 81,0. 81 Kilogramm ist even. Ja, das ist das Wort. Wir haben es geöffnet. Hatte ich es.